Also zu uns kommen Gäste hauptsächlich wegen der Ruhe, würde ich jetzt einmal sagen, wegen der schönen Landschaft, wegen der Natur, zum Wandern und das einfach ein bisschen am Familienanschluss miterleben dürfen, ein bisschen mithelfen am Hof, einfach sehen wo kommen die Produkte her und ich sehe das auch ein bisschen so als Aufklärung, weil viele Kinder oder auch viele Erwachsene wissen oft gar nicht von wo die Milch herkommt oder wie die gewonnen wird und ja das ist glaube ich die größte Motivation, warum ein Gast zu uns kommt. Die Schafe stellen jetzt nicht den großen Anspruch an den Stall, also den Anspruch stellen ja mir eigentlich. Da hätte man mit den Kühen weiter, also wäre der Umbau fast unerschwinglich gewesen für uns und mit den Schafe, das war einfach dort, dann geht ein Aufstehen, dann geht ein Aufstehen, dann geht ein Aufstehen, ein Futterbandl rein und wir waren fertig und haben arbeiten können. Ja, also wie wir umgestiegen sind dann auf die Milchschaf und Milch produziert haben, die uns keiner angenommen hat damals noch, dann haben wir die Milch nach Möck herunterführen müssen, also das waren so ca. 700 Liter in der Woche. Dort haben wir dann einen Käsemeister kennengelernt, der hat zu uns gesagt, Leute, macht einen Blauschimmelkäs. Ich brauche einen Blauschimmelkäs, der hat den nach Wien rein verkauft und wir haben halt daheim immer probiert, wir haben noch gar nichts gehabt. Nur ich möchte einmal angefangen einmal Käse zu machen und tatsächlich eines Tages ist sowas geworden und haben damals den Blauschimmelkäs nach Wien verkauft über den Ottendorf, also das war eine super Geschichte eigentlich. Ja und dann haben wir eh sofort einen Reiferaum und eine kleine Käserei gebaut und dann haben wir verschiedene Sorten weiterentwickelt. Dann haben wir einen mit Boxangläh probiert, dann mit Chili, mit Pfeffer und Natur und mittlerweile machen wir auch Feta Pecorino, also eigentlich für jeden Geschmack ist irgendwas dabei. Wir glauben, dass unser Hof einfach perfekt ist für das, was die Leute suchen. Die Städter, die Ruhe und einfach das Familienleben, zusammenleben und weil wir das eben gern machen.